servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir haben ein historisches achievement in world of warcraft shadowlands season 2 erreicht und zwar hat es die erste gruppe geschafft ein 28er key in time zu laufen das ganze innerhalb letzter woche als tyrannisch noch am start war und im seuchensturz erledigt wir erinnern uns letzten patch war seuchensturz ja auch schon beliebt weil man da diese seuchenbohrer kontrollieren konnte konnte und ausnutzen konnte das hat blizzard jetzt gefixt weitestgehend nichtsdestotrotz beeindruckende leistung wie gesagt tyrannisch woche dazu noch bolstering aktiv also dass trash mobs verstärkt werden wenn ihr in der nähe einen umprügelt war eine woche die nicht die allereinfachste war wenn man sie zumindest nicht gut gespielt hat und dementsprechend congratulations dazu also die gruppe bestand aus einem prot parlor einem hill schamanen windläufer mönch schurke und einem frost magier spieler heißen lone crusader tana child in time wii hu wild eq und wundert mich vor allem dass der paladin dabei ist da aktuell ja eigentlich eher andere tank klar wobei aktuell ist kein tank so richtig schlecht aber es dominieren eigentlich eher andere klassen und wir können uns hier noch mal ein bisschen angucken beziehungsweise wenn ihr auf die seite geht seht ihr hier die trades die sie benutzt haben welche conduits welches legendary welche trinkets welcher packt und so weiter und so fort item level ziemlich krass unterwegs der magier mit 255 schurke 252 monk 252 der shami 252 und der paladin 253 heißt die sind bis unters dach gegiert aus mythic plus und höchstwahrscheinlich auch raid items von keltuzas schrägstrich sylvanas ansonsten kommst du auch glaube ich nicht auf die 255 ja ziemlich nice letzten endes haben sie das ding mit etwas mehr als einer minute übrig gecleared und wer bock hat kann sich den ganzen run auf twitch noch mal anschauen da wurde das ganze gestreamt von dem monk ganz interessant zu sehen die geschichte bzw ich gucke mir so sachen immer ganz gerne an einfach weil das weiß ich nicht sachen sind die sieht man nicht allzu häufig und die art und weise wie die spielen das ist schon brutal gut und vor allem auch wenn man sich da mal anguckt was da teilweise bei dem puls für dps gefahren wird das ist schon ziemlich krass und definitiv weit von dem entfernt was man so in der handelsüblichen random mythic plus sieht hier shami dippt ziemlich low was tatsächlich nicht geguckt hatte wie viele tode sie am ende hatten ich glaube es war ein ziemlich kleiner run ja null tode gut ab und wenn du dann allein guckst dass sie jetzt hier beim endboss gut ist gerade pull keiner unter knapp 15k dps also auch das ziemlich stark die boys unterwegs ziemlich coole sache gefällt mir ziemlich gut auch wenn ich selber das wahrscheinlich nie erleben werde dass ich mal ein plus 28er in time spiele aber nichtsdestotrotz finde ich ziemlich cool dass es da noch leute gibt die da die zeit reinstecken und ich muss sagen da kriegt man schon fast wieder bock ein bisschen auf mdi schreibt mir eure meinung dazu sehr gerne in die kommentare damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video